Hallihallo Es geht weiter Diesmal hoffentlich ein bisschen weniger Verlust behaftet Und dann checken wir nochmal hier den Rest des Decks Boss Gamer guckt gleich hier mal rein Sieht aber nichts Letzten mal hatte der Tarsot hier ja den Eddy weggesniped Direkt beim Betreten des Raumes Und kurz danach ist er in Panik verfallen Leider hat er das vorher nicht getan Bevor das passiert ist Wäre natürlich Für uns günstiger gewesen Okay Ich wäre fast dafür den Ike mal Nach ganz oben zu schicken Okay Der bleibt erstmal da Also meistens erfahrungsgemäß steht hier In dem Bereich wer rum Muss nicht so sein Aber äh Ist das öfteren so Okay ähm Malmö hat noch 23 Hell Sieht bei allen hier nicht mehr so toll aus Deswegen möchte ich die jetzt ehrlich gesagt nicht rausziehen Ziehen Okay Äh Bisher kam schon mal kein Schuss von da Okay Hier ist auch sauber wie es aussieht Dann nochmal diese Kabine da checken In der nächsten Runde Okay Dauert schon wieder die Mission hier Okay Sauber Gut Dann würde ich sagen Haben wir hier alles gecheckt wie es aussieht Dann gehen wir jetzt hoch Mit den beiden Ross Gamer geht hier lang Ähm Exweiser folgt dem Ike hier So Hier ist sauber Oh Oh Auch das noch eine Drohne Scheiße Gott sei dank hat Ike keinen Schaden genommen Exweiser hat eine Granate Warte die machen wir gleich mal scharf Ich habe da jetzt keinen Bock auf so einen Schuss abtauschen mit so einer blöden Drohne Eike Exweiser kannst du irgendwie Da können wir glaube ich nicht werfen Ist das Problem Jedenfalls nicht vernünftig Ja ne das können wir knicken Ja und jetzt kommen jetzt noch mal keine Zeiteinheiten mehr Super So So Boss Gamer geht hier hoch Versuch mal das Ding hier irgendwie hinzuwerfen Kollege Scheiße Gut und verpissen Muss nochmal das funktioniert Okay, Boss Gamer sieht hier erstmal nichts, dann nochmal zurück. Gut. Sehr gut gemacht, Ike. Schuss überlebt. Okay, bisschen Schaden genommen, aber mit einem Reaktionsfeuer die bereits durch die Granate angeschlagene Drohne erlebt. Sehr gut. Das hat doch funktioniert mit der Granate, sehr schön. Okay, dann macht jetzt erstmal der Exvisor hier ein bisschen erste Hilfe. So. Dann ist der Ike auch wieder einsatzbereit. Okay. Erstmal nochmal hier abwarten. Boss Gamer. Guckt mal hier rein. Sieht nichts. Okay, jetzt die Willis lebt auch noch, das ist ein gutes Zeichen. Geben wir ab. Das muss jetzt unsere Dreier-Trupp hier oben irgendwie regeln. Bevor wir hier noch mehr Verluste einfahren. Okay, hier ist sicher. X-Visor, komm. Guckt mal hier unten. Sieht auch sicher aus. Aber das kann ja schnell mal täuschen bei X-Germ. Ja. Die Sicherheit selber da nochmal reinschauen. Okay, da flink versteckt. Okay, hier ist auch sicher. Eik, ja. Eik geht mal mit. Na, wer weiß. Vielleicht ist wirklich nur noch dieser eine Aquatoide da draußen übrig. Okay, was ist hier? Oh ja, der Raum. Boss Gamer. Geh mal hier in die Richtung. Dann gucken wir mal, ob wir hier den Aquatoiden von oben wegsnipen können. Und das war die einzige Möglichkeit, die ich da jetzt sehe, da wir ja nicht hochkommen, da die Treppe ja irgendwie kaputt geschossen ist. Die Runden gehen auch schon ziemlich schnell. Okay, hier ist sauber. Alles klar. Dann gehen wir jetzt raus. Und gucken mal, ob wir hier was ausrichten können. Nicht genug Energie. Toll. Okay. Bleibt er da erstmal kurz stehen. Lädt die Energie auf. Und die beiden gehen mal raus. Gut. Sieht noch nichts. Was mir da gerade so siehend heiß einfällt. Haben wir denn schon den lebenden Tarsat? Ich weiß es gar nicht. Wegen des MC Disruptors. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so auf der Höhe des Geschehens. Wenn nicht, wäre das natürlich blöd. Denn dann haben wir jetzt unsere Chance, fatal noch einen zu betäuben. Weil es sieht nicht mehr so aus, als ob hier noch Tarsat rumliefen. Okay, dann machen wir uns erstmal auf hier durch die Kisten. x-Wiser hinterher. x-Wiser hinterher. Aber ich weiß nicht, wie müssen wir mal gucken, ob wir hier die Mission fertig haben? Aha! Da steht einer im Container da oben. Ja, und hier kommen wir ja nicht hoch, da hier das Loch ist. Das ist echt scheiße. Mal gucken, ob wir da hinschießen können eventuell. Das wäre natürlich super. Boss Gamer, bitte! Wir können da hinschießen, das ist toll. Das heißt, wir müssen jetzt nur hoffen, dass er irgendwann trifft, dass der Kollege dann das Zeitliche segnet. Vielleicht kommen wir davon hier auch noch ran. Oh, dass einer den sieht, das ist schon mal gut. Das ist mit Sicherheit dieser blöde Aquatoide. Okay. Ike folgt auf dem Fuße. So, kommen wir aufs Gamer. Schnapp ihn dir. Natürlich der mit der geringsten. Jawoll! So, war's doch schon. Das war's. Sehr gut. Spitze, das klingt doch gut. 22 Aliens haben wir getötet. 15 Leichen, gefangen genommene 2. Vielleicht war da ja auch ein Tarsot dabei. Man weiß es nicht. Okay. Damit haben wir diese lang andauernde Mission geschafft. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Wie gesagt, wir hatten ja, wo ich die lange Pause gemacht habe, hatten wir ja mitten in dieser Mission aufgehört. Ja. Das heißt, ich habe ja mitten in der Mission weitergemacht. Das heißt, ich hatte ja gar keinen Überblick mehr gehabt, was hier noch an Basen und so von den Aliens und forschungstechnisch und überhaupt noch übrig ist. So, wie es aussieht, haben wir jetzt noch Kolonie 3 und Kolonie 1. Okay. Dann mal Heim. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Forschung, Magnetiodenpanzerung. Okay. Das heißt, wir haben nun mal die Top-Rüstung. Tarsot-Leiche. Kiemen, Truppenführer, Quatuite Soldat, die schwerste Bedrohung. Ja, darüber kommen wir dann ja das Spiel beenden. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt natürlich wieder forschungstechnisch mal verkackt. Da wir, glaube ich, einen lebenden Tarsot brauchen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja. Und ich glaube, wir hatten noch keinen, ähm... Motokular-Stör-Stör-Impulswerfer, Störermunition, MS-Lesegerät. Nee, also... Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal, äh... Auf jeden Fall nochmal einen lebenden Tarsot, glaube ich. Aber ich werde das nochmal nach dieser Folge offline überprüfen. Da habe ich jetzt nämlich auch nicht ganz auf dem Schirm. Ja. Wir hatten zwei Soldaten verloren. Den Cool Pac-Man und den, ähm... Den... Eddie. Eddie. Tut mir leid, aber da kaufen wir gleich nochmal zwei nach. So. Aquanauten haben wir auch gar nicht mehr so viele, oder? Wie sieht denn das hier aus? Ah, okay, hier haben wir auch noch welche. Ja, wie gesagt, ich habe das hier gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Gut. Dann würde ich sagen, äh... Schiff-Mission... Ja, Schiff-Mission haben wir geschafft. Und dann, ja, beim nächsten Mal... Geht's dann hier ein bisschen... Forschungstechnisch hoffentlich auch weiter. Und dann, wie gesagt, ich gucke nach wegen dem Tarsot. Äh, ob da der Tod erreicht oder ob er dann lebendbrochen. Und dann, ja... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.